Wie heißen die Körperteile? Der Körper Der Kopf Der Oberkörper Der Unterkörper Der Hals Der Arm Die Arme Die Hand Die Hände Das Bein Die Beine Der Fuß Die Füße Das Auge Die Augen Das Ohr Die Ohren Der Stirn Der Bauch Die Brust Der Oberarm Die Oberarme Der Ellenbogen Der Ellenbogen Die Ellenbogen Der Unterarm Die Unterarme Der Finger Die Finger Das Handgelenk Das Handgelenk Die Handgelenke Die Handgelenke Der Bauchnabel Das Knie Das Knie Die Knie Der Oberschenkel Der Oberschenkel Die Oberschenkel Die Oberschenkel Der Unterschenkel Die Unterschenkel Die Unterschenkel Die Ferse Die Ferse Die Fersen Der Zeh Die Zehn Die Sohle Die Sohlen Die Wangen Die Wangen Die Wangen Die Wangen Die Brustwarze Die Brustwarzen Die Brustwarzen Der Rücken Das Gesäß Oder der Po Die Hüfte Die Handfläche Die Handflächen Der Handrücken Die Handrücken Der Daumen Die Daumen Der Zeigefinger Die Zeigefinger Der Mittelfinger Die Mittelfinger Der Ringfinger Die Ringfinger Der kleine Finger Die kleinen Finger Der kleine Zeh Die kleinen Zehen Der große Zeh Die großen Zehen Der Bibel Der Shaher Die Wolf cho Die 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 la